Hi Freunde, in diesem Video testen wir die neue Stable Diffusion XL Version, mit der wir kostenlos Bilder erstellen können und das Ganze lokal über den PC. Das heißt, es ist eine Open Source Plattform und du bist an kein Unternehmen gebunden und kannst mit deiner eigenen Rechenleistung dann eben diese Bilder erstellen. Also ich zeige dir jetzt nicht, wie man das Ganze installiert, dafür schaut ihr euch am besten die Anleitung von Business in Jogginghose an. Ein super, super sympathischer Dude. Ich gucke alle seine Videos, er gibt euch extrem viel Mehrwert. Also unbedingt reinschauen und abonnieren. Genau, ich habe die ganzen Modelle, die er hier vorstellt, gedownloadet und die werden dann in diesen Ordner gezogen. Ihr braucht also einen Festplattenspeicher von 29 GB, um das Ganze laufen zu lassen. Also zumindest so, wie er es zeigt. Die Modelle haben ungefähr einen Datenspeicher von 6 GB pro Paket. Ja, so müsst ihr es ungefähr rechnen. Also ich habe es mit der Anleitung von Marcel gemacht und alles hat sofort und super funktioniert. Und ja, wir testen das Ganze jetzt mal. Wenn die Installation durch ist, könnt ihr euren lokalen Server hier starten. Genau, der lädt dann eine Weile. Das Ganze überspringe ich jetzt mal. Achso, wichtig zu wissen ist auch, dass je schneller eure Grafikkarte ist, desto schneller können die Bilder auch dementsprechend generiert werden. Okay, ich sehe gerade, wir haben hier schon lange den Server. So, dann nehmt ihr diese IP, kopiert sie. Genau, fügt sie oben in euren Browser ein und dann habt ihr eben Zugriff auf dieses Tool. So, ich habe die Einstellungen gestern schon vorgenommen. Folgt da einfach, wie gesagt, Business in Jogginghose. Er erklärt euch jeden Step. Genau, hier können wir die Pixel einstellen, die das Bild haben soll. Hier haben wir die Bearbeitungsschritte, die vorgenommen werden, bis das fertige Bild abgeschlossen ist. Hier sollte das Ergebnis besser sein, je höher man diesen Wert setzt. Genau, dann gibt es noch diesen Refiner, der soll die Qualität des Bildes nochmal verbessern. Ja, zeigt euch auch mal sehr, wie das funktioniert oder wie ihr ihn aktiviert. Ja, dann lasst uns jetzt einfach mal starten. Hier können wir einstellen, wie viele Bilder generiert werden sollen. Maximal 8 pro Batch. Und ja, hier könnt ihr eure Grafikkarte eigentlich bis zum Limit treiben, indem ihr jetzt immer weiter Bilder generieren lasst. Genau, wir testen das jetzt einfach mal mit zwei Batches, mit drei Bildern jeweils. Und ja, ich lasse die Einstellungen mal standardmäßig drin. Jetzt probieren wir einfach mal einen ganz simplen Prompt. Genau, wir nehmen wieder unsere Welt, in der standardmäßig alle Tiere fliegen können. Und stoppen jetzt mal die Zeit dabei, wie lange es braucht, bis die Bilder generiert werden. Hier im Hintergrund, in dem Fenster sieht man auch, dass gearbeitet wird. Und ja, hier sieht man schon den Fortschritt in Prozent. Ich versuche das Ganze mal ein bisschen schöner anzuordnen hier. Und ja, wir sehen auch hier, dass die Temperatur steigt von der Grafikkarte. Also wir sehen, sie arbeitet. So, genau, hier sehen wir schon die ersten Ergebnisse, die ersten Entwürfe. Achso, hier oben können wir dann auch das Paket auswählen, das wir nutzen wollen. Für die Generation haben wir wahrscheinlich jetzt nicht das passende gewählt. Aber lassen wir es einfach mal laufen. Genau, ich verwende die RTX 3080. Die hat, glaube ich, 10 oder 11 GB, wenn mich nicht alles täuscht, an Grafikspeicher. So, genau. Und jetzt hat es ungefähr 1 Minute 30 gedauert. Ich habe ein bisschen spät gestoppt. Genau, wir bekommen immer ein Übersichtsbild, quasi im Grid-Modus, wo wir alle Bilder als kleine Vorschau sehen. Und dann kannst du sie hier durchklicken. Genau, das sieht jetzt, ja, ist okay, ist semi-gut. Und wenn du draufklickst, kannst du sie auch nochmal in der Originalgröße sehen. So, wir nehmen jetzt einfach mal ein weiteres Modell. Wir testen jetzt mal den Dream Shaper. Der ist ja eher auf Fantasie-Bilder ausgelegt. Und ja, schauen einfach mal, wie das Ergebnis dann danach aussieht. Das dauert einen kleinen Moment. Du siehst auch immer im Hintergrund, wie er hier arbeitet. Wir lassen uns jetzt einfach mal vier Bilder generieren, so wie es auch mit Journey macht. Und ja, lassen es einfach nochmal laufen. Wir lassen ihn prompt gleich. Und starten dann auch direkt die Uhr. Hier siehst du wieder, wie die Temperatur direkt ansteigt. Achso, meine Standardeinstellung war jetzt hier im Energie-Modus ausbalanciert. Wir können jetzt aber auch mal auf ultimative Leistung klicken und sehen, ob es dann einen Unterschied macht. Es hat ein bisschen länger gedauert, bis er überhaupt gestartet hat. Das ist übrigens auch das erste Mal, dass ich jetzt den Dream Shaper teste. Den habe ich jetzt vorher noch gar nicht eingesetzt. Ja, aber die Temperaturen sind auf jeden Fall übersichtlich. Ist jetzt nicht so, dass du auf der Grafikkarte ein Ei braten kannst. Also es dauert hier mit dem Paket schon deutlich länger. Wir skippen das Ganze einfach mal. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das Programm abgeschmiert ist. So, er hat mir jetzt hier auf jeden Fall einen Fehler angezeigt. Wir schauen jetzt einfach mal. Ich zeige euch jetzt mal, wo die Bilder nämlich liegen. Die werden alle gespeichert. Und zwar unter Outputs. Und dann unter Images. Und dann das jeweilige Datum. Genau, wir sehen hier direkt, er hat die Bilder nicht genommen. Also das hat nicht funktioniert. Aber hier sind die Bilder auf jeden Fall von eben. Ja, das ist auf jeden Fall nicht das passende Modell gewesen. Na, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Vielleicht lag das daran, dass wir gerade das Modell gewechselt haben und nicht neu gestartet haben. Deshalb lade ich einmal neu. Und wir probieren es wieder. So, gleicher Prompt. Diesmal wollen wir aber eine fantastische Welt. Und wir starten. Aber das ging jetzt super schnell. Also das liegt auch daran, dass wir hier noch 512 eingestellt haben. So, wir machen das Ganze jetzt mal mit dem Refiner. Und starten das Ganze. Okay, wir haben jetzt wieder nur ein Bild in der Produktion. Ich habe es jetzt hier wieder nicht umgestellt. Aber wir sehen hier genau die Schritte, die im Hintergrund passieren. Der Refiner wird geladen. Die Bilderstellung dauert dementsprechend natürlich auch länger. Aber dafür sollte das Ergebnis natürlich auch besser sein. Okay, das sieht schon wieder nicht so gut aus. Aber wir werden schauen jetzt mal. Ja, auch das Bild hat er nicht genommen tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht genau, woran das liegt. Aber wir nehmen jetzt einfach mal ein weiteres Paket. Beziehungsweise ein weiteres Modell. So, es ist geladen. Ich kopiere mir den Prompt und starte trotzdem das Ganze nochmal neu. So, wir probieren jetzt mal Epic Realism. Okay, wir haben jetzt 54 Sekunden gebraucht für die 4 Bilder. Ja, das Ergebnis ist jetzt nicht wirklich etwas, was man verwenden könnte. Also, ich weiß nicht genau, was das hier sein soll für ein Tier. Aber, naja. Wir probieren das Ganze jetzt noch einmal mit Restore Faces und schauen, ob sich da etwas ändert. Wir lassen sonst alles gleich und feuern. Genau, und ihr seht auch hier werden die Bilder wieder dem Ordner hinzugefügt. So, was wichtig zu wissen ist, ist, dass jetzt natürlich versucht wird, mit diesem Grafikpaket diese Bilder zu erstellen. Und die sind eher auf Menschen anstatt auf Tiere ausgelegt. So, ja, das ist okay. Man kann hier bestimmt Teile der Bilder verwenden. Dafür, dass es kostenlos ist, beschwere ich mich nicht. Wir testen jetzt einfach mal die normale Stable Diffusion XL Version und gucken, wie das Ergebnis da sein wird. So, wir laden das Ganze nochmal neu, sicherheitshalber. Und fügen den Prompt ein. Ich weiß auch nicht, ob man die Einstellungen irgendwie speichern kann. Wenn das jemand weiß, gerne mal in die Kommentare. So, dann schauen wir mal. Ah, jetzt habe ich natürlich die Batch Size nicht hochgestellt. Aber dann sehen wir halt, wie lange es für ein Bild dauert. Hier sehen wir schon Elefanten. Ja, auch da hatten wir jetzt einen Fehler. Okay, hier sehen wir auch, dass meine Grafikkarte 10 GB Speicher hat. Und er sagt mir hier, dass wir out of memory gelaufen sind. Und so, ich finde jetzt nicht den Punkt, wo ich den Grafikspeicher einstellen kann. Wenn das jemand weiß, gerne mal in die Kommentare. Ich habe jetzt den Punkt einfach mal ein bisschen hochgeschraubt. Weil ich denke, eine 3080 sollte das an sich schaffen. So, was ich jetzt machen werde, ist einfach mal das Ganze neu zu starten. Und ihr seht jetzt auch, wenn ihr die Konsole schließt, habt ihr keinen lokalen Server mehr. So, ich habe das Ganze jetzt mal neu geladen und schaue jetzt, ob es jetzt funktioniert. Okay, hier sehen wir jetzt, dass er sie wirklich schnell erstellt. Ich habe natürlich jetzt Restore Faces mal wieder vergessen. Ja, auch hier ist er abgestürzt am Ende. Hm, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich mache die Bilder jetzt einfach mal ein bisschen kleiner. Ja, das hat er genommen. Okay, hier haben wir wieder die Übersicht. Und ja, hier die Einzelbilder. Ja, es ist jetzt nichts atemberaubendes. Anberaubendes. So, jetzt wollte ich nochmal den Personentest machen. Und so, dafür laden wir mal Epic Realism. Das finden wir bei Marcel unten in der Videobeschreibung. Und zwar ist es das hier. Genau, das Ganze ist dann darauf ausgelegt, Personen sehr realistisch darzustellen. Also diese Ergebnisse sind schon sehr, sehr gut. Und genau, das testen wir jetzt einfach mal. Ich starte erstmal wieder die UI neu. Epic Realism. So, ich habe jetzt hier einfach mal genommen. Beautiful woman in the city smiling at the camera. Genau, schrauben das nochmal ein bisschen hoch. Und generieren. So, das geht jetzt tatsächlich sehr schnell für ein Bild. Ja, und hier sehen wir schon, das Ergebnis ist Hammer. Wenn wir genauer hingucken, sehen wir hier noch so ein paar Bugs in den Augen. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich hier nicht Restore Faces angegeben habe. Das mache ich jetzt nochmal. Und erhöhe einfach die Batch Size mal auf 8. Und generieren das nochmal. Mit Zeitstempel. Okay, Restore Faces hat nicht funktioniert. Okay, ich habe jetzt einfach mal den Batch auf 3 gesenkt. Jetzt scheint er zu laden. Lass uns nochmal laufen. Ah, okay. Also das geht jetzt wirklich schnell. Ja, ich sage mal, das waren jetzt 12 bis 15 Sekunden. Und ja, hier sehen wir einfach, das passt. Da erkennst du kaum noch, dass es KI generiert ist, oder? Ja, das ist wirklich schön. Gerade auch mit dem Blur-Effekt hinten von der Stadt. Das bringt natürlich Bewegung ins Bild. Und ja, sehr schön. Genau, und was jetzt auch geht, sind Not Safe for Work Bilder. Das wollen wir auch mal testen. Das wollen wir natürlich mal testen. Genau, wir hatten jetzt das Thema zuletzt mit Oben ohne in Berliner Freibädern. Wir versuchen jetzt einfach mal eine Frau zu generieren, die sich dafür einsetzt auf der Straße. Ich habe das noch nicht vorher getestet, also ich bin auch gespannt. Genau, Marcel hatte auch gezeigt, dass hier jetzt Text generiert werden kann in die Bilder. Und da schauen wir jetzt einfach mal. Ja, ja, Beautiful Woman behalten wir bei. Aber machen daraus jetzt Beautiful Topless Woman in the City, Smiling at the Camera. Genau, hier bin ich jetzt wirklich schon mal gespannt, was da das Ergebnis ist. Ich habe jetzt einfach eingegeben, Beautiful Topless Woman in the City, Smiling at the Camera, Holding a Sign with a Text, Oben ohne in Freibändern erlauben. Schauen wir jetzt einfach mal, was passiert. Ja, das sind definitiv krasse Ergebnisse. Ich habe schon mal glatt vergessen, den Timer zu stoppen. Ja, also das mit dem Schild hat jetzt noch nicht so funktioniert. Ich probiere das jetzt nochmal. Das hat auch nicht wirklich funktioniert mit dem Text. Ich gucke jetzt nochmal, wie Marcel das gemacht hat und probiere es dann nochmal. Okay, er hat gesagt, Enter Text Saying Master. Na ja, auch das hat nicht ganz funktioniert. Da müsste man dann wirklich noch in Photoshop was nachbearbeiten. Genau, jetzt testen wir das Ganze mal mit Refiner. Wenn meine Grafikkarte dazu in der Lage ist. Man sieht auf jeden Fall, dass die Qualität nochmal viel schärfer ist insgesamt. Und ja, wir nehmen jetzt einfach mal die Gänsefüßchen raus hier. Vielleicht liegt es auch daran. Ja, auch das hat nicht funktioniert. Wir versuchen jetzt mal einen englischen Text. Ja, also du siehst, den Text hat jetzt bei mir nicht gut funktioniert. Es kann aber auch sein, dass das Modell das einfach nicht kann. Wir testen das jetzt nochmal mit dem XL Base Modell. Weil damit hat das auch der Marcel getestet. Ah, okay, guck mal. Das sieht doch schon besser aus. Okay, auch das. Okay, das hat er auch nicht geschafft. Dann nehmen wir mal einfach ein Bild. Also dieses Modell scheint auf jeden Fall mehr Grafikspeicher zu brauchen. Ja, da kommt jetzt aber... Also ich weiß nicht. Irgendwie... Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Grafikkarte da schon am Limit ist. Das ist wahrscheinlich eine Einstellungssache. Genau, also Text wird nur mit dem XL Base Modell funktionieren. Ich weiß nicht, warum der jetzt hier streikt und mir da keine Bilder ausschmeißt. Ja, also insgesamt ist es wirklich sehr, sehr cool. Testet es aus. Und ja, schreibt mir gerne mal, wie es bei euch funktioniert hat. Oder ob ihr einen Tipp für mich habt, wie ich es besser nutzen kann. Genau, und falls ihr noch eine KI-Community sucht, kommt gerne auf den Künstliche Intelligenz Deutschland Discord. Genau, der wird auch immer größer und ja, das freut mich auch zu sehen. Ansonsten wieder vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.